E-Mails sind absolute Privatsache. Die Inhalte sind vertraulich und nur für ihre Empfänger bestimmt. Genau aus diesem Grund ist web.de Mitbegründer der Sicherheitsinitiative E-Mail Made in Germany. Die garantiert deutschen Datenschutz, deutsche Serverstandorte und zuverlässigen Schutz vor Fremdzugriff und zwar auf dem gesamten Transportweg vom Absender bis hin zum Empfänger. Was aber passiert, wenn die E-Mails den Schutzraum E-Mail Made in Germany verlassen und auf Wege gelangen, bei denen der Umgang mit Daten und E-Mails nicht so streng und eindeutig geregelt ist? Oder wenn die E-Mails besonders sensible Inhalte enthalten, für die erhöhter Schutz und Sorgfalt erforderlich sind? Dann bietet web.de zusätzlich die Möglichkeit verschlüsselter Kommunikation. Dieses Verfahren ist einfach, sicher und genau für diese speziellen E-Mails gedacht. Vertrauliche Botschaften bleiben vertraulich und nur für den Empfänger lesbar. Garantiert.